Hey! So, da bin ich auch wieder. Und ja, was passiert ist, ist eben, dass wir diese Herausforderung freigestellt haben und natürlich annehmen. Und wenn wir diese Herausforderung schaffen, so wie ich es noch im Kopf habe, dann kriegen wir einen neuen Speicherpunkt. Ja, ein Box-Turnier. Da fühle ich mich doch gleich hier wie Ippo. Okay, wie geht Boxen? Punch-Out! Das erinnert mich ziemlich an Punch-Out. An ein sehr altes Spiel. Oh, du Arsch. Left Eye, okay, dann muss ich... Ah, fuck. Bam, bam! Und wir knocken ihn aus. Komm schon, er kann schon nicht mehr, doch. In der Runde machen wir das noch, das Ding. Ah, fuck. Okay, er sieht auch... Also, er hat Schaden genommen, das merkt man ihm an. Oh, da geht er down! Halte! Boah! Also, das finde ich cool. Das ist ziemlich geil. Yay! Oh, die Shorts sind so epic. Das gefällt mir. Also, das finde ich echt klasse gerade. Okay, nächster. Hoffentlich habe ich voller Energie. Ja, Justin ist der Nächste. Okay. Oh! Aha, fuck. Gott, so, gut. Die Hälfte hat er schon. Jimmy ist tough, hat mich gerade eine angefeuert. Das mag ich doch. Okay, du Arsch. Komm, komm. Komm schon, ich knock dich aus. Ich mach die Dampsy-Roll, Alter, und dann bist du weg. Okay. Oh, fuck. Ah, die Zeit ist um. Okay, dieser Kampf ist eindeutig ein wenig schwerer als der letzte. Hat er mich erwischt? Fuck. Mist. Das Problem bei mir ist, so war ich schon immer veranlagt, ich muss immer aggressiv boxen. Komm schon. Na, fuck. No! Mann! Komm schon, aber... Hopkins ist still standing. It's a wonder, Hopkins is still standing. Oh, Mann, ey. Aber er hat weniger, er hat weniger. Fuck, okay, per sowas reg ich mich leicht auch auf. Also, wenn ich irgendwie schreien sollte, dann wisst ihr Bescheid. Oh, Mann. Kannst du mich nicht machen, Frank? Komm schon. Er hat nicht mehr... Viel! So, Fatality. Wuhu! So, ganz kurz trinke ich was. Moment. Ah, so, okay, der nächste. Mit einem leckeren Schluck Eis der Zitrone. Geht's auch weiter nach Parker. Der sieht ein bisschen aus wie dieser Gary. So, erst... Bam, 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 bam. Das sah doch schon mal gut aus. Ah, Klitschko da ist stolz auf mich. So, noch ein paar unten rein. Bam, bam. Oh, ho, 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 da geht er aber. Ab hier, Lubu am Start. Punch... Oh, ich sollte mal, glaube ich, Punch-Out let's playen. Also, zumindest let's showen. Weil bei Punch-Out würde ich bestimmt abgehen. So. Wenn es jemanden gibt, der irgendwie gegen mich Punch-Out spielen möchte auf dem Super Nintendo, einfach nur Bescheid sagen, dann machen wir mal ein Together oder sonstiges. Wer Punch-Out natürlich kennt. So, oh, fuck. Ah, okay, jetzt... Aber jetzt holt er langsam auf. So, links, rechts, noch eine so. Natürlich muss man beim Boxen auch taktisch mitdenken. Oh, fuck. Komm, jetzt aber. Oh, es ist genockt. Uh, da freuen wir uns natürlich. Ja, ja, ja. So, ich frag mich, wie viele noch. Ach so, das war's. Gib mir meinen Preis. Deine Eltern müssen im Vorstand sein, damit du qualifiziert bist. Oh, nee, nicht euer Ernst. Ach so, Chef. Wir geben dir das alte, abandonee Beach-Haus. Es sollte schön sein, wenn du es ausgeschlossen hast. Okay, anscheinend haben wir jetzt ein Strandhaus freigeschaltet. Was auch ziemlich cool ist, finde ich. Du hast es geschafft. Du hast das Strand-Clubhaus erhalten. Darin kann ich wahrscheinlich wohl speichern und sonstige Sachen machen. Neues Speicherbuch. Oh, sieht doch geil aus. Du hast also ein Box-Outfit freigeschaltet. Auch coole Sache. Okay, so, hier ist anscheinend ein neuer Kinokarten. Ne, die Eier. Okay, klingt interessant. Und es ist gleich hier, also machen wir auch hier direkt weiter. Mit den Eiern. Aber ich denke mal, das ist im zweiten Stock. Boxen wir noch ein wenig gegen das. So. Kriege ich jetzt ein Outfit von denen? Du kannst den Aquaberry-Pulli in der Boutique in Old Bullworth kaufen. Ach so. Okay. Dann gehen wir mal in die Kleider-Boutique. Obwohl ich eigentlich schlafen müsste, aber... Ne, das möchte ich noch erledigen. Ähm, hier ist der nächste... Das nächste Dingens... Der nächste Job. Nicht, äh, nicht jetzt du. Hier ist der Fahrradladen. Moment, wo ist der? Ach, die Kleider-Boutique ist hier. Nehmen wir mal kurz die Abkürzung auf. Da sind Gangster, mit denen legen wir uns lieber nicht an. Hey, Bulle. Au. Moment, da hat etwas geblinkt. G&G-Karten, okay. So. Irgendwo hier müsste er doch... Ja, da vorne. Da vorne ist auch der kleine Laden. Hat der noch offen? Bitte, bitte, bitte. Der soll noch offen haben. Aquaberry, so. Ja, ja. Ich, ähm, such grad nur... Wo man... Ah, hier. Kleidung kaufen. Oberkörper. Aquaberry. Oh. Oh. Aquaberry-Pullunder. Nee. Auch nicht. Ach, es gibt nur die. Aber ich find den nicht so schön wie meinen alten. Wie den Bullworth. Ah, naja, egal. Weißt du, Aquapulli-Pullunder. Nehmen wir... Nehmen wir das hier. Komm. Was soll's. Ja, ja. Ja, ja. Aber wir sehen so unschuldig und brav aus. Hey, guys. Ich will so einen wie der. Hey. Hey, mach... Hey, mach bitte keinen Stress, ja. So. Die Eier. Ach, da hinten war er doch. Hier. Wow. Wow, 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 wow. Chill, chill, chill. So. Aber... Wieder mal die nächste Mission. Natürlich... Ähm... Im nächsten Part. Ich geh noch nicht hoch. Daher... Viel Spaß noch beim weiter Zuschauen. Und... Wir sehen uns wieder. Euer Lubu.